Oh, Retard The Norse? Nein Ah! Mal check, dass der Ding bei mir ist, Alter The Norse? The Norse? The Norse ist mein Ding abgefuckt I will, ich weiß Ja, Alter Hm Ich hab's natürlich auch noch mitbekommen Super Nein, ich muss meine Hand schon geholen, jetzt La pena Ich hab nicht ganz auf den Ecken Ich hab meine Hand schon Ah, das heißt Woof Es hat wirklich wenn ich würde, ich würde sagen, dass ich eine Stabilo Oh, ich kann so viele Volze vollhauen. Bei hier wiederer Towncenter, I guess. Ich bin ein, ich bin ein. Ich werde jetzt bald edgeen, also wenn du bereit bist, dann können wir das machen, also dann edge ich, weil ich muss es timen. Äh, wo jetzt? Ja, ich werde bald edgeen. Ah, ich habe meine Harpies verloren, aber es ist gut. Der hat nur Anti-Ranged Units im Fall. Er ist easy zum killen. Nur Anti-Ranged? Nur die Turmas haben da. Nur Turmas, nichts anderes. Ja, easy zu sparen mit den Dings und Murmilos. Ja, ist fucking free, Alter. Ich mache ganz viele Murmilos auch. Geht ihr denn noch Speed Upgrade noch? Ah, er schaut wieder wie eine Base da, Lümmel. Ich kenne, Lümmel. Ich kenne, Lümmel. Aber ich kenne ihn. Oh, ich kenne die Norte für mich. Oh, well, shit. Oh, man, ich kenne ihn. Okay. Ich don't forget den음 kasih schon mal. Oh,えっ. Oh, es ist ja dabei. QR und signaling. Oh, yes. Shit. Ich hab ihn nicht mehr. Wir haben ihn nicht mehr. Oh mein Gott. Danke, Gott. Bro, die. Holy shit, Alter. Nein, nein. Ja, super down, Bro. Ja, ja. Ich denke. Wir müssen uns die durchschauen. Nur ich habe mir deine angeschlüsse. Ich nehme dir einen Beschloss. Ich ziehe meinen Minivillages die Deo über. Ach, das ist ein Surrender. Ich kann den Werte nicht mehr legen. Nee, das ist ein Surrender. Fokken wir einfach. Wer ist aus? Nein, der Spiel will ich es verloren. Bro, das Brauchjord ist nicht verloren. Aber ich meine auch drei Townsend, das ist nicht so ein Problem. Oh, ja! Wie ist das ein... Okay. Warum ist das ein Hit-Box, Bro? Oh, ja! Oh, was mache ich gerade? Ich bin gerade ein bisschen gefordert mit allem. Also, ich habe verloren, wenn du nichts machen kannst. Schwierig. Mein Portal, bitte, ja. Ja, du hättest recht. Ich habe mal überall gestern. Ja, voll, jetzt wollen wir essen. Oh, der kill hat die Nivellesches jetzt. Hm? Oder? Bro! 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 Na! Oh, ohne Food kann ich nicht mehr machen, Alter. Oh, thank god, Pugi. Ja, also, komm, kein UFK, Bro. Ich kann nicht mehr machen, Alter. Ja! Also, bist du aufgegangen, oder wie? Also, von mir aus kann ich aufgehen. Ich habe kein Food, Bro. Ich kann nichts machen. Alright. Neuzy. Also, FF mal. Hm. Ich sehe, kein Säure weiterzumachen, wenn... ...wenn ich... ...wenn ich will. Oh, der hat... ...viel Arme. Der hat... ...at one Town Center Rush gemacht. Okay, der hat nur Turmas gespammt. Wenn ich das nochmal sehe, dann ignoriere ich den einfach und Edge einfach direkt. Ich glaube, das ist die beste Lösung gewesen. Ich kann jetzt ja den weiteren Murmillo spammen. Ja, hätte das nicht funktioniert gegen dich? Ja, er ist einfach... ...die Ding ist, er konnte meine Murmillo nicht killen. Und ich konnte seine Turmas nicht killen. Hm. Ich konnte immer ab und zu mit den Harpies slow-boot, weisst du? Ja. Also, wenn ich Harpies besser benutzt hätte von Anfang an, dann wäre es besser gekommen. Ja. Hey Jungs, kurze Frage. Kurze Frage. Kurze Frage. Ist es fein, wenn eure Voices zu hören sind in einem Video? In einem YouTube-Video? Oder soll ich sie zensieren? Oder Anliste aufladen? Ja, okay! Answer me, Alter! Ist es okay, wenn ich es einfach... Internet Footprint, Alter! Nooo! Ich meine, ich frage einfach, weil ich muss es... FBI muss man entdecken. Hm? Es ist scheiss egal, Alter. Dir ist es egal. Ist es für dich okay, Marco? Easy. Ich will auch scheisse da. Mein Wotterfuck. Ich muss es... Ich muss es ein Video-Proof vom Run haben, weisst du? Darum. Hm. Ah, fuck! Jetzt hat man vergessen. Fangen Profanities in den Schreien.